Vor 30 Jahren schoss die NASA eine Zeitkapsel ins All, um Kontakt zu außerirdischem Leben aufzunehmen. Ich glaube, eine außerirdische Lebensform schickt uns zum Leben erweckte Videospiele, um uns anzugreifen. Das macht Sinn. Happy Birthday, FaceTime! Happy Birthday, FaceTime! Happy Birthday, FaceTime! Happy Birthday, FaceTime! Am 30. Juli natürlich, Pixels dann im Kino. Richtig. Ich freue mich. Sag keinem, dass ich einen Schlumpf getötet habe. Ja gut, die werden wir jetzt essen. Ich glaube, wir haben die Leute jetzt genug gequält. Die sehen richtig gut aus. Beide. Bye, guys. Schönen Tag! Schönen Tag! Schönen Tag! Gein, Schönen Tag! Schönen Tag! Schönen Tag! Schönen Tag! Das ist Schönen Tag! Absurdiert! Hesse Freude! Ich glaube, es ist noch so cool. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.